Diese Woche in Vatikano. In Abu Dhabi unterzeichnet Papst Franziskus ein Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen und schlägt in den Beziehungen zum Islam ein neues Kapitel auf. Philipp Metschan ist Zeichner bei den Pixar Animation Studios. Er erzählt, dass eine ganz unvermutete Inspiration hinter dem Computer-Animationsfilm die Unglaublichen 2 steckt. Der katholische Glaube. Ein Franziskaner-Pater im Dienst der Flüchtlinge in Griechenland. Bestandsaufnahme aus Rodos. Das und mehr gleich in Vatikano. Der erste Papstbesuch auf der arabischen Halbinsel, die für den Islam als heiliges Land gilt, hat eine neue Ära in den katholisch-muslimischen Beziehungen eingeläutet. In ihrer gemeinsamen Erklärung verpflichten sich die beiden Seiten, dass sie die Kultur des Dialogs als Weg, die allgemeine Zusammenarbeit als Verhaltensregel und das gegenseitige Verständnis als Methode und Maßstab annehmen wollen. EWTN-Korrespondent Edward Penton war in Abu Dhabi mit dabei. Er erzählt uns, wie er diesen historischen Moment erlebt hat. Es war eine unglaubliche Sache, das alles sozusagen hautnah miterleben zu dürfen. Ich habe diese Entwicklungen ja schon seit 2008 verfolgt. Damals bin ich zum ersten Mal in diese Region gereist. Und schon damals wurde über die Möglichkeit eines Besuchs von Papst Benedikt gesprochen. Jedem war klar, dass das eine wirklich große Sache wäre, zum ersten Mal einen Papst auf der arabischen Halbinsel zu haben. Ja, und dass das jetzt tatsächlich passiert ist, ist unglaublich. Ich denke, so wirklich hat wohl kaum jemand daran geglaubt. Es waren sehr starke Bilder. Wir hatten da den Papst ganz in Weiß und die Scheichs in ihren traditionellen Kandoras auch ganz in Weiß. Ich glaube, sie so zu sehen, Seite an Seite, die arabische und die katholische Welt, das war schon beeindruckend. Es gibt dort eine sehr lebendige katholische Gemeinschaft. Die Katholiken hier sind alle Gastarbeiter und das schweißt sie zusammen. Dafür, dass wir es mit einem sehr reichen Land zu tun haben, ist ihre Arbeit ziemlich schlecht bezahlt. Die meisten haben einfache Jobs, arbeiten als Hausangestellte oder im Bauwesen. Der Besuch des Papstes hat sie endlich aus ihrer Anonymität herausgeholt, ihnen Sichtbarkeit gegeben und ihnen sicher auch Mut gemacht. In den Vereinigten Arabischen Emiraten darf außerhalb der Kirchen kein Gottesdienst gefeiert werden. Diese Freiluftmesse zu erlauben, war also ein riesiges Zugeständnis von Seiten der Regierung, die dafür sogar eigens ein Stadion zur Verfügung gestellt hat. Die Organisation, die Art und Weise, wie man das alles durchgeführt hat, wurde dann natürlich auch entsprechend gelobt. Die Vereinigten Arabischen Emirate stehen in diesem Jahr der Toleranz natürlich auch unter Druck. Schließlich müssen sie der in ihrem Land gepriesenen Toleranz ja auch gerecht werden. Aber wir wissen, dass es in der Praxis mit dieser Toleranz nicht weit her ist. Es gibt immer noch viele Einschränkungen, also keine wirkliche Religionsfreiheit. Und katholische Einwanderer kommen auch nicht in den Genuss der vollen Bürgerrechte. Sie leben also in einem Land, in dem sie nie etwas anderes sein werden als Gastarbeiter. Und nun haben der Großimam und Papst Franziskus dieses gemeinsame Brüderlichkeitsdokument unterzeichnet, in dem es ausdrücklich heißt, dass in Ländern mit muslimischer Mehrheit alle in den Genuss der gleichen Bürgerrechte kommen müssen. Die interreligiöse Konferenz über die Geschwisterlichkeit zwischen den Religionen war der Schwerpunkt dieser Reise, zumindest für den Heiligen Vater. An dem Treffen haben die wichtigsten Religionsführer teilgenommen. Allen voran der Leiter der Al-Azhar-Universität von Kairo, der führenden Institution des sunnitischen Islam. Und so haben dieser Kairoer Großimam und Papst Franziskus also ein Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen unterzeichnet. Ein Dokument, in dem gegenseitiger Respekt, Frieden und Versöhnung zwischen den beiden Religionen eingefordert werden. Und das zur Gewaltlosigkeit aufruft. Der Gewalt im Namen der Religion eine klare Absage erteilt. Es war wichtig, dass hier von Brüderlichkeit gesprochen wurde. Das hat auch Kardinal Coates aus Pakistan gesagt. Von Brüderlichkeit zu sprechen, ist mehr als von Toleranz. Es ist ein Schritt nach vorn. Die Katholiken in der Region hoffen natürlich, dass es mehr Religionsfreiheit und weniger Einschränkungen geben wird. Dass es erlaubt sein wird, Kirchen zu bauen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es neun Kirchen für eine katholische Bevölkerung von circa einer Million Gläubigen. Viele Gläubige also und nur wenig Kirchen. Sie wollen mehr Kirchen dort bauen. Vor allem aber wollen sie Kirchen in Saudi-Arabien, dem Nachbarland. Ich denke also schon, dass dieser Besuch etwas bewegt haben kann und dass es den Christen und insbesondere den Katholiken möglich sein wird, ihren Glauben freier zu praktizieren. Es hat in Bezug auf die gemeinsame Erklärung aber auch gewisse Bedenken gegeben. Vor allem eine Stelle hat perplex gemacht. Die Passage, wo davon die Rede ist, dass der Pluralismus in Bezug auf die Religion einem weisen, göttlichen Willen entspricht. Denn das ist ja wohl kaum etwas, was dem Glauben der Kirche entspricht. Es gibt nur einen wahren Glauben. Und das ist der katholische Glaube. Das hat also für einigen Zündstoff gesorgt, da das ja eine inkorrekte, um nicht zu sagen, heretische Aussage ist. Einige haben es heruntergespielt, andere wiederfanden es sehr beunruhigend, wie mir ein Priester gesagt hat. Wir wissen, dass der päpstliche Theologe, Pater Giertisch, ein Dominikaner, eigens hierfür konsultiert wurde. Er hat allerdings nicht die endgültige Version, den endgültigen Entwurf des Dokuments gesehen. Es sind also Dinge eingeflossen, die vielleicht besser draußen geblieben wären. Und der Papst hat im Flugzeug ja auch gesagt, dass er über einige Passagen überrascht war, dann aber gesehen hat, dass sie mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil im Einklang standen. Warum die Muslime dieses Dokument unterzeichnet haben? Nun, ich denke, es war eine Geste der Toleranz. Sie wollten ein Zeichen setzen. Zeigen, dass nicht alle Muslime Extremisten sind. Inzwischen denken ja viele Leute bereits, dass es nur einen extremistischen Islam gibt. Das bereitet auch vielen katholischen Islamwissenschaftlern Kopfzerbrechen. Ich denke, die Muslime wollen Frieden und Stabilität genauso sehr, wie wir hier im Westen. Im vergangenen Dezember veranstaltete die ständige Beobachtermission des Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen in Genf zwei Podiumsdiskussionen zum Gedenken an den 70. Jahrestag der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. In diesem Bericht geht es um ein aktuelles Thema, die Würde des Lebens. Obwohl die jüdisch-christliche Tradition im Laufe der Jahrhunderte unterschiedliche Schwerpunkte und Nuancen durchlebte und auf die Veränderung eines kulturellen Kontextes reagiert hat, zeigt sie eine bemerkenswerte Konsistenz in ihrem zentralen Element, die Würde. Wie schon das Zweite Vatikanische Konzil betont hat, insbesondere im Hinblick auf die christliche Vision dieses Themas, auf dem von der patristischen Tradition bestätigten biblischen Zeugnis, nachdem der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen ist. Exzellenz, wie definieren wir die Würde des Lebens? Das sollte doch sehr offensichtlich sein. Leben darf nicht angetastet werden, also die Hände weg davon. Es bedeutet auch, dass Leben als ein Geschenk angesehen werden muss, als Geschenk. Wenn man religiös ist, ein Geschenk Gottes. Wenn nicht, dann von etwas Übergeordnetem. In der Theologie spricht man von dem absoluten Wissen. Nämlich, dass jeder Mensch auch ohne irgendwelche Bildung absolut überzeugt davon ist und weiß, dass es eine Zeit gab, in der es ihn nicht gab. Das heißt also, dass unsere Existenz ein Wunder ist. Dies ist das tiefgründigste, eigenständigste Wissen des Menschen. Es bedeutet also, dass Leben etwas Besonderes ist. So überraschte es nicht, als eine der ersten Auswirkungen der Rechtmäßigkeit von Abtreibung oder der Behauptung, dass es ein Menschenrecht sei, ein Anstieg zu verzeichnen war. In meinem Heimatland, den Vereinigten Staaten zum Beispiel, gibt es konservative Schätzungen, dass sich die Zahl der Abtreibungen in dem Zeitraum unmittelbar vor der Ankündigung des Abtreibungsrechts durch unseren obersten Gerichtshof und den darauf folgenden Zeitraum verdoppelt oder verdreifacht hat. Es ist heute immer noch sehr schwierig, konkrete Zahlen zu erhalten, aber es wird geschätzt, dass jährlich weltweit mindestens 56 Millionen Abtreibungen stattfinden. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte besagt, in Artikel 1, alle Menschen sind von Geburt an gleich und frei in Würde und Recht, und da sie mit Vernunft und Bewusstsein ausgestattet sind. Mit dieser Attestierung bekennt sich die Erklärung eindeutig zum Menschenkunde. Der Mensch ist beides, rational und moralisch. Rationalität und moralische Freiheit sind die Grundlagen der besonderen Würde des Menschen. Die Frage ist also, ob die Menschenrechtsorganisationen der Vereinten Nationen die Förderung und den Schutz der Menschenrechte weltweit genug fördern und stärken. Weißt du, für den Heiligen Stuhl müssen wir hier ein paar Dinge sagen, die sehr wichtig sind. Wir waren sehr überzeugt davon, dass die allgemeine Erklärung der Menschenrechte etwas sehr Gutes ist, und wir standen immer dahinter. Aber wir haben in den letzten 20 bis 30 Jahren festgestellt, dass bestimmte Ideen der Erklärung, wie sie vor 70 Jahren formuliert wurde, durch neue Ideen verändert wurde. Diese neuen Ideen, die sogenannten neuen Rechte, bedeuten, dass wir zwar plötzlich eine neue Generation von Menschenrechten haben, die, was den Kampf gegen Diskriminierung angeht, sicher positiv bewertet werden kann, denn wie du weißt, haben wir heute viel weniger Diskriminierung als vor 10 oder 20 Jahren. Aber auf der anderen Seite Probleme für uns verursachen, weil Elemente eingeführt werden, die vom Originaltext abweichen. Es geht also nur um die Formulierung. Mein Argument ist, dass eine solche Reformierung keine Weiterentwicklung ist, sondern reine Haarsparterei, die dem Rahmen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte entgegenwirkt. Und diese Neugestaltung stellt keinen Fortschritt, sondern Verfall dar. Die Diskussionsteilnehmer forderten die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen auf, das Recht auf Leben, Familie und Religionsfreiheit aufrecht zu erhalten, so wie es ursprünglich in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vorgesehen war. Die Unglaublichen Zwei, die Fortsetzung der Abenteuer, der Superheldenfamilie Paar, gilt schon jetzt als einer der besten Animationsfilme aller Zeiten. Für den visuellen Bühnenbildner des Films, Philipp Metzschern, ist das keine Überraschung. Schließlich feiert der Film universelle Werte wie Freundschaft, Familie und Liebe. Philipp Metzschern hat uns erklärt, wie ihn der katholische Glaube bei seiner Arbeit inspiriert. Für mich ist jede Umgebung untrennbar mit dem Schöpfer verbunden. Und das empfinde ich immer so, ob ich nun am Strand bin oder hier im Vatikan. Der Schöpfer ist für mich immer da, in allem, was mich umgibt. In gewisser Weise habe ich also das Gefühl, dass er auch meine Inspiration ist, wenn ich die Umgebungen für unsere Filme schaffe. Ja, ich kann sagen, dass das tatsächlich meine Lieblingsbeschäftigung ist, die Inspiration dieser Umgebungen zu nutzen, sie durch meine eigene Erfahrung zu filtern, bis eine Welt entsteht, die nie existiert hat. Wir haben es hier schließlich mit Dingen zu tun, wie Frucht der Fantasie sind. Dass die göttliche Inspiration eine reale Sache ist, dass sie etwas im Menschen bewegt, auch wenn wir uns dessen vielleicht gar nicht bewusst sind. Wir Künstler machen da aber eine Ausnahme. Wir haben Momente, in denen wir uns dessen sehr wohlbewusst sind. Ich meine, du hast manchmal das Gefühl, als hättest du eine Art besondere Sehkraft dafür, wie du diese neuen Dinge schaffen kannst. Und damit ist natürlich auch eine gewisse Verantwortung verbunden. Diese Dinge, die du erschaffst, sollen schließlich positiv sein, den anderen etwas geben können. Und das gilt auch für die dunklen, die beklemmenden Dinge, die wir manchmal kreieren. Auch die können positive Geschichten erzählen. Da müssen wir nur an Star Wars denken. Metschan hat geholfen, das Zuhause der Superhelden-Familie Gestalt annehmen zu lassen. Die Gestaltung dieses Hauses war eines unserer Hauptanliegen. Ihm kommt im Film eine wichtige Rolle zu. Wer die Unglaublichen gesehen hat, der weiß, dass die Stärke der Geschichte in dieser Mischung aus Fantastischem und Alltäglichem liegt. Du hast da also diese Familie, die ein ganz normales Leben lebt, die Dinge tut, die wir alle jeden Tag tun. Aber sie sind auch Superhelden. Und da ist eben auch diese fantastische Welt. Und das kommt vor allem durch das Haus, das wir entworfen haben, zum Ausdruck. Es ist riesig. 20.000 Quadratmeter groß. Und das ist gewollt. Wir wollten nämlich einen starken Kontrast schaffen. Einen Rahmen für die Hauptfigur Bob. Und Bob ist ein Superheld. Aber eben auch ein Vater, der den Haushalt schmeißt. Und der hat eben eine Waschküche, die 4000 Quadratmeter groß ist. Einen riesigen Raum. Sogar mit einem Kamin in einem Berg. Es ist ein Haus mit total verrückten Dingen. Ursprünglich hatten wir ein kleineres Haus entworfen, auf das wir sehr stolz sind. Aber dann haben wir uns doch für dieses riesige Haus entschieden. Damit wir diesen Kontrast schaffen, Bob und seiner Familie den richtigen Rahmen geben können. Wie uns Metschon erklärt, erinnere uns der Film daran, dass wir bei der Wahl unserer Helden Vorsicht warten lassen müssten. Was unseren katholischen Glauben betrifft, würde ich sagen, dass unsere heutigen Helden nicht immer aus dem Stoff gemacht sind, den wir uns für einen Helden wünschen. Viele Helden unserer Zeit sind nicht aus den richtigen Gründen Helden, sind also niemand, zu dem wir als Katholiken aufblicken können. Denken wir nur an all die YouTube- und Instagram-Stars, denen junge Leute heute nacheifern. Sie sind nicht immer die besten Vorbilder, aber es gibt auch viele großartige Leute auf YouTube. Menschen, die großartige Dinge tun, die man tatsächlich als eine Art Helden ansehen kann. Ich denke, wir haben durchaus die Möglichkeit, unsere Helden zu wählen. Das bleibt jedem selbst überlassen. Und manche treffen eben gute Entscheidungen, andere nicht. Obwohl die Geschichten der Unglaublichen eigentlich nicht als religiös definiert werden, kann doch jeder eine Botschaft darin finden, unterstreicht Metschan. Ich versuche mich, in diese jungen Menschen hineinzuversetzen, in einen jungen Katholiken, der ins Kino geht, um sich einen Film anzusehen. Und meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass Filme eine große Inspiration sein können. Diese Art, Geschichten zu erzählen, ist für mich zu einer Art Energiequelle geworden, eine Leidenschaft. So bin ich zur Filmindustrie gekommen. Und heute bin ich Teil dieses Teams, das Geschichten erzählt, Botschaften vermittelt. Und ich denke, diese Erfahrung, die ich mit meiner Arbeit gemacht habe, die Dinge, die ich gelernt habe, könnten auch gut dafür eingesetzt werden, Geschichten über die Kirche zu erzählen, Geschichten über den Schöpfer, so wie ihr es tut. Dass ich in der Filmindustrie arbeite, dass ich katholisch bin, ist eine gute Voraussetzung. Denn so können diese Geschichten ein größeres Publikum erreichen. Guten Tag, mein Name ist Hanna Brockhaus von TNA. Ich bin hier mit Pater John Luke Gregory, einem Franziskanermönch der Kustodie des Heiligen Landes. Pater Luke, Sie sind nun schon seit mehr als 15 Jahren auf der griechischen Insel Rhodos tätig. Was genau tun Sie dort? Nun ja, zuerst bin ich natürlich Pfarrer. Ich diene also der lokalen Bevölkerung, einigen wenigen Griechen und vielen Menschen aus Europa und anderen Ländern, die hierhergezogen mit Griechen verheiratet sind. Natürlich hat sich meine Rolle seit 2015 sehr verändert. Inzwischen nehmen wir ja viele Flüchtlinge auf, die aus Kriegsgebieten wie Syrien fliehen. Wir haben viele Menschen aus dem Irak, aus dem Iran und in letzter Zeit auch viele Kurden. Wie man sich vorstellen kann, ist es für sie nicht einfach, nach Rhodos zu kommen. Der Weg hierher ist mit Gefahren verbunden. Viele haben mir erzählt, wie schlimm das alles für sie war. Sie sind ja nicht nur vor Krieg oder Problemen in ihrer Heimat geflohen. Sie müssen dann oft in langen Fußmärschen die Türkei durchqueren und kommen dann aus der Türkei mit diesen kleinen Booten nach Kos, auf die anderen kleinen Inseln und nach Rhodos, wo wir sie dann aufnehmen. Was ist Ihrer Meinung nach die größte Not der Flüchtlinge, denen sie auf diesen Inseln helfen? Wir wissen ja, dass die Flüchtlinge für die Schlepper ein lukratives Geschäft sind. Die Flüchtlinge, die hierher kommen, müssen etwa 1000 Dollar berappen, damit man sie von der Türkei zu den griechischen Inseln bringt. Manchmal wissen sie gar nicht, wohin die Reise geht, meinen, dass man sie nach Italien oder nach England bringt. Die meisten sind ganz einfache Menschen. Und wenn die Boote dann anlegen, ist die Verwirrung groß. Und dann noch etwas. Die meisten von ihnen können nicht einmal schwimmen. Und die Schlepper stopfen Boote, die eigentlich für 17 Menschen gedacht sind, mit 30 voll. Sie haben genug Benzin getankt, um zwei Meilen vor der türkischen Küste anlegen zu können. Dann schwimmen die Schlepper zum Festland und überlassen die Menschen an Bord einfach ihrem Schicksal. Mitten in der Nacht. Mit so vielen Menschen an Bord beginnt das Boot natürlich langsam zu sinken. Wasser schwappt an Bord und die Menschen geraten in Panik. Stellen Sie sich vor, wie das für ein Kind, für seine Eltern sein muss. Würden Sie das riskieren wollen? Diese Menschen verlassen ihr Land, weil sie verzweifelt sind. Und dann müssen sie solche Gefahren auf sich nehmen, ihr Leben riskieren, um in die Türkei, nach Griechenland zu kommen. Das macht mich sehr traurig, vor allem wegen der Kinder. Und wenn Sie dann hier auf diesen Inseln angekommen sind, was geschieht dann? Ich nehme an, Sie haben Aufnahmezentren, aber was passiert danach? Ist das dann für Sie die Endstation oder gehen Sie in andere Länder in Europa? Genau das ist jetzt das große Problem. Es kommen immer mehr, selbst jetzt, wo die See stürmisch, die Überfahrt lebensgefährlich ist. Sie kommen aus der Türkei und legen dann in Griechenland an, auf unseren Inseln. Und was passiert dann? Einige von ihnen werden nach Athen geschickt, wo es ein großes Zentrum gibt. Aber wenn sie keine Ausweispapiere haben, und das ist oft der Fall, wohin sollen sie dann gehen? Und die andere Sache ist, sind andere Länder bereit, sie aufzunehmen? Im Moment haben wir hier in Griechenland ca. 64.000 Flüchtlinge. Wohin sollen sie gehen? Sie haben keine Papiere. Was sollen sie tun? Genau. Was lehrt uns die katholische Kirche über Einwanderer und Flüchtlinge und darüber, wie wir uns ihnen gegenüber verhalten sollen? Der Heilige Vater hat ja erst vor kurzem diese Kommission für Flüchtlinge und Migranten eingerichtet. Diese Kommission untersteht direkt dem Heiligen Vater, weil es so ein wichtiges Thema ist, weil wir hier über Menschen sprechen. Nicht über eine Fracht, über Dinge, nein, über Menschen. Und die katholische Kirche meint, liebe Gott und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und deshalb müssen wir uns in ihre Lage hineinversetzen. Ich versetze mich also in die Lage dieser Eltern, die an ihre Kinder denken müssen. Natürlich würde ich aus einem Land fliehen wollen, wo mich jeden Moment eine Bombe treffen kann. 2016, als in Syrien noch Krieg herrschte, bin ich für zwei Wochen dort hingegangen. Ich weiß also, wie es ist, mit dieser ständigen Angst vor den Bomben leben zu müssen. Wie es für diese Menschen ist, die jahrelang damit leben müssen. Natürlich nimmt man da die erste Gelegenheit wahr und schaut, dass man wegkommt. Sie haben vorhin über eine Begegnung mit einem jungen syrischen Mädchen gesprochen und wie daraus ein Bilderbuch für Erwachsene geworden ist. Können Sie uns mehr darüber erzählen? Ja, in diesem Buch ist das eingeflossen, was das Mädchen mir erzählt hat. Ein spanischer Autor hat noch einen Text beigesteuert. Das Wichtigste aber sind die Zeichnungen. An denen sieht man nämlich, wie ein Kind so eine gefährliche Reise erlebt. Was diese Erfahrung bei ihm hinterlässt. Die Zeichnungen sind erschreckend. Alles dunkel, grau in grau, bedrückend. Aber sie erwecken die Geschichte dieses Mädchens wirklich zum Leben. Die Zeichnungen sind das Wichtige. Und dann stehen dort noch ein paar Worte. Die Geschichte wird aber durch die Bilder erzählt. Dieses Gefühl des Verlassenseins. Die Erfahrungen mit anderen Menschen. Die Zeichnungen sind wunderschön. Ja, das sind sie. Ich liebe dieses Buch. Es ist so einfach und doch so vielsagend. Vielen Dank, Pater, dass Sie heute bei uns waren. Ich bin ein großer Fan von EWTN. Ich habe mir immer die Programme von Mutter Angelika angesehen. Sie war eine große Inspiration für mich. Ich lebe ja auf einer kleinen Insel, die hauptsächlich griechisch-orthodox ist. Und da war dieser Kontakt über EWTN sehr wichtig. Sehr gut. Vielen Dank. Ich habe zu danken. Ich habe zu danken. Wir sehen uns am nächsten Mal. Tschüss. 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 Schnells. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020